Implantierte Linsen werden im Auge nicht gespürt, weil diese direkt im Auge sitzen. Im Gegenteil dazu sind die Linsen, die wir üblicherweise tragen, an der Augenoberfläche und die werden permanent gespürt. Linsen, die im Inneren des Auges sind, sind weder zu sehen noch zu spüren. Nur unter gewissen Lichtverhältnissen kann man Reflexe sehen und man kann ahnen, dass eine Linse sich im Auge befindet.